Es war schon eigentlich immer so, dass wir geglaubt haben, dass wenn wir Natur verändern, die Natur sich nicht verändert. Das merken Sie an der Verwendung des Begriffs Umwelt. Stellen Sie sich mal vor, Sie nennen Ihre Bewohner, mit denen Sie in einem Haus zusammenwohnen, Umbewohner. Das kann zu Katastrophen führen. Sie nennen sie natürlich Mitbewohner, weil Sie mit ihnen zusammenleben. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten also statt dem Umweltministerium ein Mitweltministerium. Wir hätten also verstanden, dass wir mit der Natur zusammenleben müssen, denn wir sind ein Teil der Natur, ein Teil der Evolution auf diesem Planeten. Wir sind ein Teil und wir können ohne die Natur überhaupt nicht überleben. Ein schwieriges, geradezu unangenehmes Thema an den Mann zu bringen, ist die Stärke von Harald Lesch. Der Physikprofessor hielt beim Neujahresempfang der Diözese Würzburg einen Vortrag über die Notwendigkeit, mit den natürlichen Ressourcen sorgsam und vorausschauend umzugehen, schon aus rein existenzieller Notwendigkeit. Wir haben den großen Vorteil, dass wir wissen, dass wir etwas wissen, dass wir also bei den Handlungen, die wir vollziehen, uns über die Wirkungen Gedanken machen können. Kein Tier sonst kann das. Und das bringt zugleich natürlich auch eine große Verantwortung, aber eben auch die Möglichkeit, dass wir tatsächlich mit Zukunft arbeiten können, ohne dass wir sie gleich vermasseln müssen. Sondern wir können etwas richtig Gutes tun. Harald Lesch ist ein gutes Beispiel dafür, dass wissenschaftliche Erkenntnis und religiöse Denkweise sich ergänzen und nicht widersprechen, wie allgemein hin angenommen wird. Wir können natürlich ihre mentalen Zustände messen und ihre alle möglichen Vitalparameter. Aber was es bedeutet, sie als Person zu sein, das ist eine Erfahrung, die machen nur sie. Eine Erfahrung, die von Erfahrungswissenschaften nicht gemessen werden kann. Daran sieht man, dass es in der Welt deutlich mehr gibt, als nur das, was Wissenschaften messen können. Letzten Endes geht es darum, dass wir nach den Werten leben, von denen wir sagen, das macht ein Leben, ein Menschenleben in seinem Leben auch wirklich sinnvoll und hoffnungsvoll. Und das sind keine Themen, die von Naturwissenschaften bearbeitet werden können. Seine Fähigkeit, komplexes Wissen verständlich zu vermitteln, überzeugte auch an diesem Abend die Verantwortlichen aus Politik, Gesellschaft und Kirche in Unterfranken. Es gibt viele Spezialisten, aber wenige, die über die Gabe verfügen, das anderen Menschen nochmal zu erklären. Und vor allem so zu erklären, dass man merkt, oh, das ist nicht nur irgendwas, sondern das hat sogar auch mit deinem eigenen Leben zu tun. Der Empfang, zu dem die Diözese Würzburg, insbesondere auch der Caritas Wohlfahrtsverband einladen, ist darüber hinaus eine gute Gelegenheit, sich persönlich zu treffen und auszutauschen. Wir sind Gastgeber dieses Jahr, das ist eine schöne Geste, viele einzuladen, mit denen wir zu tun haben, die mit uns zu tun haben und zu sagen, ja gut, dass wir miteinander unterwegs sind. Das Erste, das Zweite, einen Impuls zu setzen für wichtige Fragestellungen, die uns umtreiben. Und da haben wir gedacht, ich glaube, das könnte der richtige Mann sein, der nicht nur informativ, unterhaltsam, auch aufrüttelnd Dinge rüberbringen kann. Und ich glaube, das ist gelungen, wie man an einem Beifall gemerkt hat. Mit etwas gutem Willen erwachsen aus den vielen engagierten Gesprächen an diesem Abend an der Universität in Würzburg auch viele gute Taten.